Mein Name ist Stefan Hostert. Ich bin Geschäftsführer bei der Steffen-Holz-Bau-SA hier in Greve-Macher. Wir haben ganz klein angefangen und haben uns inzwischen weiterentwickelt zu einem innovativen Baudienstleister mit Kernkompetenz Holz. Mein Name ist Christian Leber. Mit meinem Ingenieurbüro PAEP arbeite ich schon viele Jahre mit der Firma Steffen-Holz-Bau zusammen. Bei der Konzeptionierung von unserem neuen Bürogebäude hatten wir die Anforderung, das so zu gestalten, dass möglichst eine spätere Umnutzung gut machbar ist. Die Herausforderung dieses Gebäudes stand darin, möglichst große Spannweiden realisieren zu können, um der späteren Nutzung möglichst viele Optionen zu lassen. Beide Sachen zusammen erfordern einen innovativen Ansatz, der vor allem darin besteht, dass wir diese Decke nicht mit dem üblichen Vorgehen konzipiert haben, Beton oben, Holz unten, sondern das Holz in der Form oben als Platte genutzt wird und der Steg in Beton ausgeführt wird. Mein Name ist Dirk Berg. Ich bin Leiter der Technischen Abteilung bei Steffen-Holz-Bau. Diese Kombination und dann auch mit diesem Auflagerdetail und der Möglichkeit, technische Gebäudeausstattung zu integrieren und quer zu installieren, das gibt es in der Form nicht und erfüllt dann auch auf dem Markt sehr hohe Ansprüche.